Ja hallo Freunde der Nacht, mein Name ist Sam Schmeyer, eigentlich, ja hauptsächlich Fahrpsychologe, aber auch Coach für verschiedene Lebenslagen und ja, ich habe mir überlegt, bin mal gespannt wie das so findet, mal, je nachdem wie das jetzt so ankommt, mal eine neue Reihe anzufangen. Jetzt mit Ende 30, wo ich auch ein bisschen ein paar Lebenserfahrungen gesammelt habe, sagte so Hemschis Lebenstipps irgendwie auch mal, um auch mal ein bisschen was zu anderen Bereichen zu sagen und vielleicht hilft es, vielleicht hilft es nicht und aber genau, heute wollte ich mal reden über den Umgang mit Geld, also falls sich das so kursmäßig interessiert, dann wäre es so, dass es sowieso keine Kurs. Aber trotzdem gibt da so einen Bereich in dem Manifestationskurs, der sich natürlich auch um Geld dreht und passt auch zu viel zu den Energien, die ich jetzt hier so ansprechen würde. Ja, also es wird ja oft gesagt, Geld ist eine Energie, das ist erstmal eine Sache, also damit würde ich tatsächlich mitgehen, weil eigentlich Geld gibt es ja gar nicht, ne? Ich meine, Zahlen auf dem Konto ist einfach nur der Wert, den wir dem beimessen oder zahlen auf Papier oder auf dem Computerbildschirm. Im Grunde genommen gilt es selbst für Tauschobjekte wie Gold oder Aktien oder Bitcoin, das ist im Grunde genommen alles, ja, Vereinbarungen der Gesellschaft, dass man sagt, okay, man kann hier so geleistete Lebensarbeitszeit oder Gewinne, die man irgendwie erwirtschaftet hat, kann man sozusagen speichern in einem Medium und das nennen wir dann halt Geld. Und damit kann man sich halt andere Sachen ertauschen. Und das hat tatsächlich, im Grunde genommen hat das alle Merkmale von etwas, was man so virtuelle, ist ja noch nicht mal reale, so virtuelle Energie nennt. Und dafür, wenn man sagt, das ist eine Energie, dann gelten dafür auch die gleichen Sachen, die auch für andere Energien gelten, das heißt, du kannst das mehr ranholen oder mehr abstoßen in deinem Leben, was du da so machen kannst, besprechen wir gleich nochmal. Das heißt auch, wenn du ein Leben führst, wo ständig Energie rausfließt, kannst du eigentlich sicher sein, dass auch Geld rausfließt, wenn du aber deine Energien mehr bei dir behältst und die Löcher stoffst, sag ich mal, kann man eigentlich davon ausgehen, es ist nie so eins zu eins, aber kann man eigentlich davon ausgehen, dass auch mehr Geld hängen bleibt auf eine ganz komische Art, ohne dass du dich jetzt vielleicht ganz aktiv drum gekümmert hast, einfach mehr Geld drin hängen bleibt. Also das sind, glaube ich, erstmal so ganz wichtige Gedanken, warum das Geld galt ja manchmal als ein bisschen verpönt. Also meiner Ansicht nach ist Geld, also vor allen Dingen als Wertspeicher, als Energie, ist weder gut noch schlecht, das ist einfach ein Verstärker, das ist einfach wie du eine Gitarre spielst, du hast einen Verstärker, den kannst du aufdrehen, kannst du leiser drehen und dann machst du halt mehr Wumms oder weniger Wumms. Nichts anderes ist Geld auch, also wenn du irgendwie jemand bist, der, wie soll ich mal sagen, niederschwingende Dinge tut in der Welt und du hast viel Geld, kannst du mehr niederschwingende Dinge tun, logischerweise. Also, ja, was weiß ich, wenn du mit D-R-O-G-E-N-Deals oder so, du hast viel Kohle, ja, dann dealst du vielleicht noch viel mehr damit so, ne. Aber auch, wenn du, ja, das ist auch gar keine Wertung, sondern wenn du höher schwingende Dinge tust, ja, dann kannst du eben damit mehr Energie in die Welt bringen, sag ich mal. Weißt auch immer ganz gerne auf Eckart Tolle hin, also, keiner weiß jetzt, wie viel er spendet, so, ne, das kann schon enorm sein, irgendwie. Und man muss aber auch sagen, dass er unfassbar viel Geld verdient, also, das ist echt, der ist millionenschwer, also, niemand weiß auch so ganz genau, wie der lebt. Und ich wollte nur sagen, es ist jetzt nicht so, dass alle Leute, die irgendwie, ja, die so spirituelle Anführer sind in der heutigen Zeit, dass die sagen, so, ne, Geld, das packe ich irgendwie nicht an, irgendwie. Man muss so in Armut leben, ist, also, wenn das, wie gesagt, es sind andere Konzepte, ne, von, was weiß ich, Benediktiner-Mönche, ne, oder, oder überhaupt andere Mönche, die ja so ein Armutsgelübde haben. Also, bestimmt auch spannend für die, äh, spirituelle Entwicklung, ähm, aber das ist auch so ein Mythos-Ding, ganz früher, man gab so, äh, entweder jemand will Geld verdienen oder er ist irgendwie spirituell, also, das, das, ähm, geistert immer noch so rum. Aber, ja, es ist ja dann nicht so, wenn man sagt, ähm, ich möchte genug zum Leben haben oder vielleicht auch ein bisschen plus noch, ne. Da kommen wir auch mal gleich zu einer Studie, die immer wieder gern zitiert wird, und zwar wird in dieser Studie gesagt, ähm, dass sozusagen Geld macht glücklich, aber nur bis ungefähr, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber ungefähr 70.000 Euro im Jahr Jahreseinkommen ab dann, ähm, oder jetzt mit Inflation ist es vielleicht 80, 90, äh, ab dann würde Geld keinen weiteren Nutzen bringen, was so Happiness angeht. Das ist aber nicht die aktuellste Studie, also mein letzter Stand ist, dass, äh, Geld durchaus, äh, es neue Studien gibt, die sagen, doch, nee, auch darüber hinaus macht Geld noch, äh, Fun, ob das jetzt mal glücklich macht, aber es irgendwie steigert Lebenszufriedenheit. Wenn man es, äh, wenn man es, äh, auch nutzt oder viel nutzt für soziale Kontakte und Aktivitäten mit innerhalb von sozialen Kontakten, also wenn du es so nutzt, dass du die Erlebnisse schaffst, dass du mit Leuten in Kontakt kommst, ähm, dann bringen auch höhere Einkommen durchaus einen, äh, Zuwachs an, an, ähm, Lebenszufriedenheit. Also ich, äh, ich war in meinem Leben, ähm, gute Zeiten gehabt, was Finanzen angeht, schlechte Zeiten gehabt und, also mein Rat ist definitiv, Geld haben ist besser als kein Geld haben, also das muss ich wirklich sagen, also ich finde, man kann so viel, ähm, unsere Gesellschaft ist so, du kannst so viele Probleme lösen mit Geld, dass, ähm, die ohne, also nicht, dass man die ohne Geld nicht auch lösen könnte, aber dass es viel schwieriger ist, viel mehr Aufwand erfordert, äh, viel mehr Einsatz erfordert, ähm, deswegen, ja, ich finde das kein falsches Ziel, äh, zu sagen, ja, ich, ähm, möchte das ein bisschen einfacher haben. So, was kannst du denn tun? Ich will jetzt gar nicht gehen so auf Sachen wie, wie Ausbildung, also, ich meine, klar, wenn du, das ist ja auch, hat auch mit Energien zu tun, je mehr du reingibst, reingibst, wenn du sagst, wenn du sagst, das ist mein Ziel, mehr Geld zu verdienen, je mehr du da reingibst, natürlich auch so im Sinne von Ausbildung, Studium, Spezialwissen, ja, kannst du natürlich, äh, in vielen Fällen nicht immer, ähm, mehr Geld generieren, so, das ist ja, ist ja logisch, aber da will ich jetzt gar nicht, ähm, so viel drauf eingehen, ähm, ich wollte vor allen Dingen zwei Sachen mal fokussieren, einmal, was, was kannst du, hast du so für eine energetische Haltung zu Geld, ähm, und, ja, zweite Komma dann gleich noch, also, diese energetische Haltung zu Geld, wie gesagt, habe ich in meinem Kurs da ein bisschen ausgeführt, weil das eigentlich für andere Sachen auch gilt, also, das ist, also, erst mal, dass du sagst, hey, ja, also, ich, ich darf Geld haben, ist das okay, so, irgendwie, ist auch, ähm, kannst du auch einen bestimmten Betrag festlegen, du kannst auch, das ist auch immer ganz wichtig für unser Unterbewusstsein sein, wir müssen ja auch nicht nur, nicht nur über Spiritualität reden, sondern auch, äh, einfach unser Unterbewusstsein, ne, psychologische Einstellung, äh, du kannst dir zum Beispiel sagen, ja, in, äh, ich würde jetzt nicht zu, einen zu kurzen Zeitraum nehmen, du kannst zum Beispiel sagen, ja, in fünf Jahren möchte ich Summe X im Jahr verdienen, man sollte gar nicht meinen, was das ausmacht, wenn man dir so ein ganz konkretes Ziel setzt, weil das unter, unser Unterbewusstsein, das arbeitet immer mit, das überlegt dann immer, okay, was kann man machen, was kann man machen, und, ähm, was ich immer sage, ich nenne das immer so, äh, ist eigentlich nicht mein Begriff, ich nenne das immer inspirierte Aktion, also du kannst jetzt, würdest du nicht unbedingt erwarten, dass du dich in deinen Lehnstuhl setzt und denkst, ach, äh, das Geld der Geldsegen möge in mein Leben kommen, und dann klingelt es an der Tür und da ist der Postbote mit einem Riesenbatzen Geld, ähm, nein, du kannst, ähm, sozusagen sich öffnen für dieses Thema, und dann wird deine Intuition, das ist zumindest meine Erfahrung, wird dir, ähm, Situationen liefern im Leben, wo das Leben dir sagt, hier, guck mal, weil du kannst doch das machen, oder du kannst doch die Ausbildung machen, oder du kannst doch, äh, du kannst doch diese, ähm, Sachen machen, oder du kannst doch, äh, dieses Buch ist schon eine coole Sache, also, und da muss man so eine gewisse Wachheit haben, dass man diese Momente erkennt, dann auch zugreift, das nenne ich so inspirierte Aktion, ne, also so ein intuitives, boah, das ist eine krasse Sache, also solche Momente hatte ich so einige in meinem Leben, ähm, wo ich plötzlich das Gefühl hätte, boah, das, das ist jetzt das Ding, und da muss man schon zugreifen, ne, also, dass man, ähm, wenn man dann sagt, äh, mach ich nicht, oder hab ich Angst vor, oder so, dann, ja, schneidest du die Energie quasi wieder raus, aus deinem Leben, also, dann gilt für Geld, eben, weil es eine Energie ist, gilt auch, das nennt man manchmal so dieses Matthäus-Prinzip, das ist auch bei vielen Beziehungsdingen ist das genau das Gleiche, also, jetzt grob gesagt, der Teufel scheißt auf den größten Haufen, sag ich mal, das heißt, Leute, die sowieso schon in so einer Geldenergie sind, ziehen häufig noch mehr Geld an, so, ne, ähm, weil sie sowieso schon in so einem Mindset sind von, hey, Geld fließt rein, äh, kein Problem, ich bin da open für, ich, also, sozusagen, ich will jetzt nicht auf diese Techniken so eingehen, aber so, dass sie sagen, hey, ja, das kann, kann kommen, und natürlich werde ich auch in Zukunft easy mein Geld verdienen, also, die einfach so bestimmt, ich könnte auch sagen, Glaubenssätze haben, die da so positiv sind, aber wenn du in so einem, das ist, also, wie mit Beziehungen eigentlich auch, wenn du in so einem Mangel-Mindset bist, das ist auch irgendwie gemein, aber ich, meine, ich habe das Leben nicht gemacht, also, in so einem Mangel-Mindset bist, ähm, ist es, fokussierst du häufig weiteren Mangel, man ist gar nicht so einfach, da so rauszukommen, also, was ich, äh, ganz gute Sache finde, ist, das sind ja auch so populäre Sachen, die man wieder hört, heute, ich finde die auch richtig, äh, ich habe mal so einen Spruch gehört, muss, äh, äh, es sollte man jetzt aber nicht eins zu eins nachmachen, aber ich sage mal nur als energetischen Spruch, äh, du sollst das Geld zum, äh, zur Tür rausschmeißen, das ist, glaube ich, so ein chinesisches Sprichwort, zur Tür rausschmeißen, damit es durchs Fenster wieder reinkommt, oder so ein bisschen abgeschwächt, äh, Geld muss fließen, sage ich auch mal gern, also, ich glaube tatsächlich, auch wenn es viele reiche Leute gibt, die total geizig sind, ähm, ich glaube tatsächlich, dass so eine, so eine Haltung von, ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe so einen lockeren Umgang, also natürlich in den Möglichkeiten, die man hat, und natürlich sollte man nicht für sinnlose Sachen seine Kohle raushauen, irgendwie überhaupt nicht, aber sowas wie, ja, ich investiere auch mal was in mich, oder ich, äh, gönne mir auch mal was, und ich habe auch nicht so eine Angst, irgendwie manchmal wieder was fließen zu lassen, ist, glaube ich, ganz positiv, dass auch wieder viel zurückfließt, so würde ich mal sagen, irgendwie so, ne, ähm, aber wie gesagt, man sollte es auch ganz klar fokussieren, du solltest auch ein ganz klares Ziel haben, nicht nur einfach, oh, ich möchte gerne das mir finanziell besser geht, sondern wie viel denn genau, wie viel möchte ich so verdienen, in welchem Zeitraum soll das passieren, das ist wirklich super, diese sogenannte wohlgeformte Zieldefinition, die vor allen Dingen heißt, ich möchte irgendwas, ähm, ein ganz spezifisches Ergebnis in einer ganz spezifischen Zeit erzielen, gibt es noch ein paar mehr Aspekte, ähm, das halte ich für wirklich super wichtig, ähm, anderer Punkt, äh, eigentlich ähnlich, also das ist der zweite Punkt jetzt mit den Glaubenssätzen, also ich fand das tatsächlich spannend, das kenne ich auch von anderen Klienten, ähm, dass wenn du zum Beispiel in so einen Bereich kommst, wo du mehr verdienst als deine Eltern, also jetzt nicht irgendwie auf heller und fändig, aber ich sage ich mal so von der, von der Klasse, dass da so eine ganz komische Barriere ist, ne, weil so, das ist genauso wie mit, wenn du scheiß Beziehungen in der Kindheit gewöhnt bist, gönnst du dir irgendwie keine gute Beziehung, auch wenn du es eigentlich so haben willst, aber du hast irgendwie so eine, so eine Haltung von, nee, das steht mir irgendwie nicht zu oder kann ich eh nicht und genauso kann es zutiefst jetzt eine Glaubenssätze geben von, äh, ist nicht in Ordnung, ich komme aus einer, sagen wir mal, ich komme aus einer Arbeiterfamilie und, nee, das ist irgendwie nicht, also nicht, das ist jetzt, hat das eigentlich nichts mit Arbeit, Arbeit dann zu tun, weil viele Arbeiter verdienen auch super viel Geld, aber verstehe mich jetzt nicht falsch, ne, lassen wir es nochmal, du kommst aus einer Arbeiterfamilie und dann, äh, weiß ich nicht, hast du plötzlich die Möglichkeit, super viel Geld zu verdienen und fühlst irgendwie Schuldgefühle, weil das deine Eltern vielleicht nicht die Möglichkeiten hatten, so, ne, und, ähm, das ist, glaube ich, super wichtig, SWB Audio Captured, Not Registered, obwohl du mehr verdienen könntest, dass du hängen bleibst, ähm, an dieser, an diesem Punkt, weil du so, sozusagen transgenerationale Schuldgefühle da irgendwie inszenierst, ne, sollte man gar nicht meinen, äh, wie viel das ausmachen kann. Ja, also zusammengefasst, ähm, mein Rat, äh, inspirierte Aktionen, also guckt, was das Universum euch für die Füße wirft, ähm, arbeitet an euren Glaubenssätzen so, dass, dass, äh, das nicht, dass es da welche gibt, die sagen, ihr könnt gar nicht mehr Geld verdienen oder so, auch an den Glaubenssätzen, die vielleicht so negativ dem Geld gegenüber eingestellt sind, ähm, das wäre so mein Rat, ne, in diesem Sinne, äh, schreibt mir mal, ob das auch so ein Thema ist, was euch interessiert hat, lasst mir ein Like oder ein Dislike oder sonst was da, ich bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal für all die Kanalmitgliedschaften in diesem Jahr und überhaupt eure Unterstützung, äh, kommt auch noch ein Weihnachtsvideo raus und, ähm, ja, wir sehen uns mal wieder, ciao, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.